es ich bin ein bisschen höher als hätte diese knobbels wie ich einfach nur so da oben rumliegen würden im leben nicht so Pistolen, gerne Schrotgewehr und Pistole Schrotze und Wurze Schrotze so Okay, hier müssen wir rein Aber was ist da bei dem einen noch gewesen, wo die Fregels da waren? Ist das ein Rekunden? Ja, ich weiß ja nicht, wenn die da schon rumstöhnen Womit, gucken wir uns kurz ab hier dann die Sache ist doch, was ist denn da? Kommt man da oben nicht auch noch irgendwo drauf? Ja. Oder? Ah. Schalte mal bitte an. Ich schalte an. Keinen Saft. Wir müssen die Stromversorgung wieder herstellen. Ja, dann müssen wir nach oben. Ja. Ja, dann müssen wir erstmal hier vorbei. Garantiert, wenn wir dann nachher wieder zurückkommen, dann kommen die Viecher an. Die da jetzt da drinnen rumbaumeln. Betten? Diese Viecher. So. Seine extra R-Runde. Däh. Shit. Okay. Das war... Das war gerade nur eine Einbildung, ne? Ich habe gerade nichts gehört, oder? Die Viecher sind frei. Ich gehe da mal vor. Auf jeden Fall eins. Ich gehe da... Ich gehe da. Lecker, Mann. Stein der Macht. Okay, das Viech ist weg. Hm? Das ging ja noch, ne? Was war das? Da war eine Goldkette. Hast du den genommen? Hast du den genommen? Boah! Der ist gerade zu mir rüber gejumpt. Alter, du Fingfing. Danke. Die haben teilweise Gegenstände dabei. Ich habe auch keine Lust, jetzt der Munition zu verschwenden. Ich habe auch keine Lust, jetzt der Munition zu verschwenden. S Sebastian Torsten. Das heißt, es ist egal aus. Bei der Gleichzeit. Willkommen. Ja, gerne. Das war das, wenn ich das. Das war das, wenn du das tue. Ich hab schon mega lange kein Emblem mehr gesehen. Blemse, Blemse. Mhm. Okay, blinky, blinky. Ich hab da noch ein bisschen Munition gegeben. Munition? Munition. Oh. Da kamen zwar an den Wänden. Oh ja. Das sieht jetzt wirklich lecker aus. Okay. Ja, spring. Okay. Du warst das, ich dachte grad schon. So. Ach so, warte. Gewehr Muni. Dann kann ich nicht gebrauchen. Ja, dann lass uns liegen. Die Brandkanade kann ich auch nicht gebrauchen. Gut. Okay. Das sieht ja dann nach was heftigeren aus hier. Ich hab die Schmeldpistole genommen. Ich stepp. Weil ich auch noch nicht mehr tun will. Ich hab das jetzt gewonnen. Wo du da warst. Oh, guck dir den mal an. Oh, guck dir den mal an. Ich hab den, der mir. Oh, guck dir den mal an. Ach du kacke, was kommt jetzt? Oh, der wächst aus dem Körper. Oh. Damn. She's to her. What the hell? There are other ones that hit when they come in New York. What the hell? Oh. Did he get something wrong? Oh my god. For you. The fire hatch is right from the end of the day. Preemperation out next week. There is all infaniated materials. As the same type of fire will be wiped out of the team. Yes. But this one seems much more ferocious... Hey here it is. Das war's, dass der Kanteflug ist. Ach! Komm her! Wo bist du denn? Ach, da bist du. Da sind überall Fische auf mich rum. Wo ist er? Hier hinten. Wo ist er? Hier hinten. Ist er mit Flammwerfer rum? Ups. Ach so. Ich muss wieder... Wir müssen wieder aufhören. Was ist das? Ups. Jetzt war der... Versuch, diese Ausmütze zu schießen. Ich muss kurz warten, ist der Tag wiederholen? Ah, jetzt wiederholen?